Ich bin auf der Gleichspitze, knapp 2800 Meter hoch. Da guckt man jetzt runter ins Paznauntal. Da sieht man noch die Friedrichshavener Hütte, unser nächstes Etappenziel. Da unten ist Maton. Das ist unser Endziel für heute. Da hinten ganz im Hintergrund die Ötztaler wieder, die Silbretter, Fluchthorn. Da muss ich mich mal ein bisschen drehen. Da ist das Fluchthorn so. Da sieht mal vor uns das Jamtal, Galtür, ganz unten. Und dann dieses lange Tal ist wie gesagt das Jamtal. Den Gletscherbergen. Da ist der Piz Buin, Dreiländerspitze, Silbretter Stausee. Hier drehen. Und das Montafon. Ganz hinten, das ist die Schweiz. Jetzt fragt mich nicht, wie die Berge heißen. Da rechts neben der Bergkuppe sind wir heute hergekommen von der Heilbronner Hütte. und genießen diesen Augenblick.